Hallo Modellflieger und Modellfreunde! Heute ist wieder der Tag der Tage. Es ist Sonntag, der 21. Februar 2021. Es ist 9 Uhr, herrlicher Sonnenschein, Windstill. Da wollen wir mal sehen, ob wir die AEG heute heile in die Luft bekommen und auch heile wieder runter. Bis gleich! Nimmst du jetzt schon Silve? Schöpfle, teeth oder? Schöpfle, Schöpfle, Chöpfle, So, warten wir jetzt mal. So, warten wir jetzt mal. Wunderbar, Helmut einmal zu mir. Ja, hat geklappt. Sie fliegt wie ein Parkflyer. Das Einzige ist, Querruderwirkung ist bei der Maschine nicht so gut. Vielleicht baue ich noch oben in den Flächenquerruder ein, aber das hatte die Originale nicht. Power reicht. ZG 38 mit Getriebe. 24,6 Kilo schwer. Sehr gutmütiges Flugzeug. Das nächste Projekt kennt ihr ja. Das ist die Haaland-Taube. Da bin ich jetzt auch soweit. Rohbaufertig. Aber da gibt es ein neues Video. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.